Heyo Leute, CrimeX hier. Was geht ab für Paul Berger? Wir werden heute ein 10.000 V-Bucks Kill-Duell machen gegen den Ehrenbruder Chasen Schmock. Was geht ab? Nix. Ich hab gehört, ich rasiere dich. Oha, okay, hier direkt Ansage. Das ist nicht deine erste Ansage an mich. Du hast nämlich auch einen YouTube-Short hochgeladen, wo du schon eine Ansage gegen mich gemacht hast. Und deswegen nehme ich die Herausforderung an. Ja, ihr seht jetzt nämlich hier mal die Ansage. Ich bin der krasse Stimme in Fortnite, du nicht. Und du wirst mich niemals rasieren, du Lüste in Fortnite. Und deswegen, Chasen, gibt es jetzt hier nämlich ein 10.000 V-Bucks Kill-Duell. Mach jetzt hier bereit, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Chasen, du bist ja der Sohn von René Schmock, ne? Kennt man ja vielleicht auf TikTok, Leute. 3,8 Millionen Follower hat der hier. Das ist der mit dem Snack-Automat immer, Leute. Und deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, was du so kannst. Ich hab schon gehört von deinem Vater, dass du ein ziemlicher Profi bist. Und beim Wettkampf dritter Platz von 10.000 Spielern. Von 10.000 dritter Platz. Leute, ich glaube, ich werde dir jetzt hier direkt einfach die V-Bucks schenken. Das wird ja gar nichts mehr jetzt hier. Dritter von 10.000. Und ich sag euch, wie es ist. Boah, weiß ich nicht. Ich sag mal, vor einem halben Jahr hab ich gesagt, er spielt halt mit mir. Heute spielt er mit mir, weil er einfach so gut geworden ist. Ey, oh mein Gott. Ja, ich sag mal so, ne? Man kennt das ja. So, die E-Sportler, die sind ja eher, die Jüngeren sind ja immer so krass, ne? Der hat da auch Galaxy S. Der hat auch Galaxy Handy. Boah, Galaxy Skin hast du ja auch, ne? Hast du mir auch schon erzählt. Ja, den hab ich auch. Okay, krasser Flexer hier. Na gut, also dann, Chasen, erzähl mal, wie alt bist du? Neun. Neun bist du, okay. Lass mal, lass mal, wo sollen wir landen? Du darfst entscheiden, komm, entscheide du. Blessing Park. Blessing Park. Ist das so dein Hauptlandespot, Blessing Park? Ja. Okay, gut. Also er ist der Bürgermeister von Blessing Park, Leute. Gut, bin ich dabei. Naja, also neun Jahre bist du alt, ne? So, lass mich mal rechnen. Fortnite gibt's seit 2017 sechs Jahre. Das heißt, du warst drei Jahre alt, als Fortnite rauskam. Ja, aber der Windelmacher wird dich jetzt rasieren. Der Windelmacher, ja. Da hast du noch in die Windel gemacht damals, als das rauskam. So. Okay, komm, dann lass mal da direkt landen hier. Direkt schön voll rein, Leute. Blessing Park, ich bin dabei. Mal gucken, wer mehr Kills macht. Es geht um 10.000 V-Bucks, Leute. Let's go. Okay, wo willst du landen? Ja, ich sollt hier landen. Da direkt vorne. Okay, okay. Ich werde, lass mal gucken. Ich glaube, ich werde da zum Hundehüttenhaus fliegen. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Jaja, Blessing Park, immer gut was los. Oh, guck mal, da ist direkt ein Chat-Pack hier. Lol. Chat-Pack ist einfach wieder am Start. Und, ich hab ne Chat-Stack. Wow, okay, auch sehr gut. Und ne Pum. Chucky und Pum. Beschweren kann man sich da eher weniger. So, zack. Oh, nein. Ich hab diese Müllwaffe. Ey, Bro, das gibt's doch nicht. Noch ein Chak-Chak. Also, falls du low bist, ich hab ein Chak-Chak für dich, ne? Ja, danke. Ey, bei mir war hier grad jemand. Ich hatte aber leider nichts, um den zu killen. Dann, Jason, geh mal zu ihm rüber. Ihr müsst trotzdem zusammenspielen. Nein, warum hab ich ihm das gesagt? Ey, guck mal, dieses Ding ist auch wieder da. Lol. Ich mach auch welche. Ich mach auch welche. Alter, jetzt ist der Raketenhagel. Da ist Ria, richtig. Richtig, Raketenhagel. Auch welche gemacht. Oh mein Gott, er ist so low. Er ist so low. Oh mein Gott. Ich bin auch low. Willst du Chak-Chak? Bitte helfen Sie mir. Ja, gib mir mal einen Chat-Pack. Gib mal einen Chak-Chak. Okay. Okay, guck mal, da wird einer von vorne kommen. Der will bestimmt sein Mate wieder hochholen. Alter, warum gebe ich ihm Tipps? Da kann er doch Kills machen. Äh. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Chak-Chak. Okay, danke. Danke, hast einen schön für mich ausgeschalten. So. Oh mein Gott, Leute. Mein Waffen-Loadout ist gerade eher weniger gut. Ja, Chak-Chak-Chak. Maschine. Jawohl. Ich hab was, um die noch zu klauen. Nein. Oh mein Gott. Für diese Runde brauch ich also eine schnelle Pump. Und dann mach ich die automatisch hin. Ich hab halt wirklich nur Müllwaffen, ey. Danke für den Tipp außerdem. Ja, gerne doch. Er ist bei mir, er ist bei mir, ey. Hier ist ich. Äh, nirgends. Äh, nirgendswo. 56. Nein. BAM. Let's go. So. Oh, oh, da kommt noch einer. Kommt einer. Warte, geh mal weg, geh weg, geh weg. Warte. Max wird es geschafft. Ah, doch. So, weg mit dir, Junge. Hier, ich geb dir die hier. Oh mein Gott. Okay, korrekt, 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 Leute. Warte mal, wir haben jetzt drei Kills. Wir liegen vorne. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Oh mein Gott. Nein. Ich bin nur in Fire. Ich bin nur in Fire hier. Ich gucke nur zu und bin auch komplett on Fire. Ich bin so aufgeregt, ne? Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich bin zu alt dafür. Rentner Crymax hier. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 26. Ach, du Scheiße. Überleg dir noch einmal das Doppelte, ich bin schon 50. Ey, oh mein Gott. Ey, sag mir das doch bitte nicht so. Was? Wie alt warst du, als Jason kam? Du meinst, als er geboren wurde? Ja, als er gespawnt ist. Als er erst gespawnt? Komm, ich bin... Ich bin jetzt 31. Ich bin einfach 31. Okay, krass. Ist ja noch älter. Was ist 31? Ich bin jetzt 9. Achtung, Gegner. Oh, Smythe, den Hedgefakt. Nein. Hab ihn einmal gertet. Nein. Ich wünsche nichts. Seit wann haben die Waffen so einen Blumen? Ja. Staubar. Nein. Wir sind in der Hunde. Hab ihn. Oh mein Gott, let's go. Wichtig, wichtig, wichtig. Kurz abgestaubt. Aber egal, jeder hat einen bekommen. Ja, das ist doch korrekt. Ist fair. Nicht so gut. So. Ich hab keine Munition. Okay, 4 zu 2. Was brauchst du? Äh, Pump. Ah, da kann ich dir was geben. Hast du noch Raketen, zufälligerweise? Raketen hab ich 2, ja. Ja, nice. Correctness. So, Leute. Jetzt gucken wir mal, was macht überhaupt die Zone? Okay, wir sind in der Zone drin. Sehr gut. Zone gönnt uns. Okay, Leute. Aktuell schon sehr, sehr Action. Was meinst du? Auf Ansage wird das jetzt der epische Sieg. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Ich hab ja hier einen E-Sportler in meinem Team. Profi. Ja, der carry dich ein bisschen. Der packt mich in den Rucksack, nimmt mich mit, der Kleine. Oder du kommst halt nicht. Nein, ey, warte, ich komm noch. Nimm mich mal mit, ey. Guck mal, wie hab ich hier. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. So, ja. Oh, Loot Drop. Okay, mal gucken, ob der bis dahin noch da ist, bis wir da sind. Holy moly, Macaroni. Ist jetzt nicht auch bald nächste Woche das Live-Event hier von der Season? Ich glaub, der Teil macht irgendwie 6 Tage. Also, jetzt weiterfahren. Ich nehm kurz Busch. Nein, nein. Ja, und ich nehm den Crappler. Nein. Oh, komm, steig ein, Junge. Du hast doch eh noch keinen Führerschein. Darfst noch gar nicht fahren. Ja, schön. Was machst du? Warum läufst du? Hä, wo gehst du hin? Fahr mal in die Mitte, da können wir dann wegfliegen. Ah, ach so, okay. Oh, das ist komplett nochmal das erste Chapter, wird ja hier gerade gemacht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Er hat das Chapter damals miterlebt. Ja, stimmt. Da unten ist einer. Oh, oh. Alles hoch. Ist hoch, egal. Na, komm. Oh, die Zonen-Ding ist... Schnitt, schnell. Ja, ja. Okay, wo willst du hinfliegen? Sollen wir noch Nude-Job oder zu den Gegnern? Äh, meine Markierung. Oder nee. Da. Der ist genau hier. Ja, ja, ja. Da gehen wir hin. Ja, komm, da haben wir bestimmt Gegner hin. Guter Call, guter Call, ja. Ja, die schießen schon von hinten auf uns. Ja, egal. Ich snipe die weg. Stimmt, du hast ja einen Sniper. Guck mal. Boah. Wenn du jetzt hier ein paar Sniper-Kills abstauben kannst. Aber ich... Der hat auf mich geschossen. Von wo? Ich glaube, auf der Insel sind auch welche. Nee, von da hinten. Wir müssen da jetzt echt aufpassen. Wir sind hier auf einer riesenfreien Fläche. Und da ist ein Loot-Drop. Also ich glaube, wir werden gleich Besuch kriegen. Von irgendwo da. Lessen, Lessen, Lessen. Du musst sicher spielen. Ihr müsst bis zum Ende durchhalten. Ja, das wäre natürlich optimal. Ey, die schießen hier auf. Ey, Leute. Komm, wie sie versuchen. Wie sie versuchen. Von allen Seiten werde ich die beschossen. Oh mein Gott. Ihr müsst abhauen. Ihr müsst weg. Ihr müsst weg. Ihr sterbt. Oh, äh, 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 äh. Aufpassen. Ich... Ich mach... Was haben wir denn noch hier Schönes? Ah ja, nice. Und wo kamen die Schüsse? Dass ihr das überlebt, ne? Ihr seid da auf dem Feld einfach. Was macht ihr? Also ich sag ehrlich, eigentlich müssen wir jetzt da nochmal in die Mitte rein und dann wegfliegen. Lass uns mal schön positionieren. Leute pushen jetzt. Ja, dann... Oder wollen wir zum anderen Lootjob auch kommen? Weiter von hinter uns waren Schüsse werden mir angezeigt. Von hier aus der Richtung. Ja, ich hab auch Suns visualisieren. Okay, natürlich. Bist ja Profi. Ja, können lassen wir da hin. Was hast du denn da für ein Crappler? Es ist einfach... Es gibt nochmal so einen. Es ist einfach Spiderman für Arme. Oha. Achtung, Schüsse. Ja, ich steh. Du hast ihn schlecht, schaub ihn ab. Nein, er hat ihn so abgestaubt. Nein. Ja. Let's go, meiner, meiner, meiner. Achtung, die Schüsse von hinten. Schüsse von hinten noch. Pass auf. Ja, die fliegen jetzt weg. Aber guck mal, der eine, der ist doch gerade gekrabbelt. Da muss doch immer noch ein Mate sein. Ja, ja, das waren irgendwie... Das müssen zwei verschiedene Teams gewesen sein. Ja. Ja, da vor uns, da vor uns. Nein. Hast du Sniper-Munition? Ey, ey, du darfst vor meinem Ding... Ey, Jason! Oh mein Gott, hab ihn, nice. Nein. Hast du Sniper-Munition? Bro, ich brauch keine Sniper. So ein Ding ist das. Hast du Sniper-Munition vielleicht? Äh, ja. Hast du AR-Munition? Äh, nö, hab ich 63. Ey, du hast gerade aufgesammelt. Ah, ja, jetzt habe ich. Guck mal, hier. Zack, 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 zack. Sniper-Mun. Er hat abgedrackt, er hat abgedrackt. Nein. Von wo? Wurde weggesmipht. Keine Ahnung. Das ist irgendwo fantastisch. Äh, lass mal High-Ground gehen, lass mal High-Ground gehen hier. Lass mal erstmal kurz den Überblick machen. Mein Grappler ist da nicht so gut für. Wurde von irgendwen weggesmipht. Ich bin hier auf High-Ground. Ach, von wo? Pass auf, Jason. Doch. Also wir können das alles... Ah, da ist Dasti, da ist Dasti, da. Ja, okay. Danke, dass ich sie jetzt weg snipen kann. Ja, stimmt. Da hast du jetzt einen Vorteil. Ich habe ja keinen Sniper. Hast du Raketen? Oh, ein Flugzeug. Schön Flugzeug. Lol. Sag mal, wann gibt es denn die Flugzeuge wieder? Hast du noch Raketen, Jason? Raketen habe ich... Ja, eine. Okay. Lol. Oh, 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 oh. Ihr müsst weg. Es gibt es, es gibt es, komm. Ihr müsst komplett weg. Boah, ich habe ihn so runtergeschossen. Ich habe ihn so runtergeschossen gerade. Mit Raketenwerfer. Jetzt fühlen Sie sich nicht mehr so sicher. Sie sind unten. Das hat euch so den Arsch gerettet, dieser Raketenschuss. Ja, ja, das war echt strong. Das war echt strong. Die dachten, die können uns hier pushen. Jetzt sind die da unten. Verstecken sich da unten. Aber ich glaube, ich... Ich mach Airstrike. Ich mach Airstrike. Ich mach Airstrike. Guter Call. Sollen wir die pushen? Was? Ich bin... Oder? Hilfst du die? Nee. Schade. Ich glaube, die verstecken sich direkt unter dem Stein da. Aber die müssen sowieso zu uns kommen wegen Sturm. Die müssen sowieso zu uns rotieren. Wir müssen ja in die andere Richtung. Ich bin halt fast tot. Och, nein. Nein, nein, nein. Bliegst du gerade runter, Chase? Chase? Nein, nein. Ey, du musst jetzt auf jeden Fall in Deckung gehen. Lauf direkt Richtung Zone. Die kommen da hinten. Lauf direkt Richtung Zone. Die dürfen dich jetzt nicht noch anschießen. Komm, komm, komm. Ihr müsst euch auf jeden Fall in Christa folgen. Die kommen, die kommen. Ich schieß an die Mann. Ja. Unter uns. Ist weak, ist weak. White. Fabin. Nein. Aber wir müssen noch ein Mate haben. Seine Mate kommt noch. Ja, der kommt mit Busch. Seine Mate kommt mit Busch. Lass erst in die Zone. Lass in die Zone Routine. Die müssen zu uns kommen. Komm, lass hier ins Haus rein. Hast du hier? Nee, aber hier ist eine Kiste. Vielleicht ist da was drin. Ich habe auch generell wenig Schuss alles. Das ist echt, glaube ich, noch Krise. Achtung, da sind sie. Da oben. Der Buschmann. Er kriegt Zone, der Match. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ey, ihr braucht unbedingt hier, ja? Ja. Gar kein Blue Life. Nix. Aber ist unter euch nicht noch eine Kiste? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das sagt Zone, okay. Oh mein Gott, Leute. Die Runde hier. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wilde Runde. 15 Leute leben noch. Da hinten kämpfen welche. Warte kurz. Jason, bleib bitte hier. Ja, ich bleib da. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe Minis noch gefunden. Strong. Sehr, sehr strong. Ich habe auch Mini. Ah, du hast auch welche? Okay. Nein, ich habe einen. Das nehmen wir mit, Leute. Ich will eigentlich beides. Na komm. Ich nehme keinen Raketenwerfer mit. Oh, du bist hier schon wieder am snipen, oder was? Ich habe auch so wenig Schuss. Ich habe nur ein Magazin. Ey, das gibt es nicht. Jason hat auch nur noch 20 Schuss Eier. Jason, du darfst eigentlich nicht mehr schießen. Ihr dürft euch nicht auf den Kampf einlassen. Ihr verliert. Jason, hallo. Ja, ja, das ist eigentlich echt. Ich verstehe auch nicht, warum die alle... Guck mal, wir haben zusammen 11 Kills. Und die haben alle so wenig Munizierung. Nein! Bro, der Eklige hinter mir. Jason, hilf mir bitte. Nein, du hast das vor. Komm, komm sofort zu mir. Er hat den 105 Sniper gegeben. Oh mein Gott. Ey, der wurde gezielt. Der wurde gezielt. Irgendjemand ist doch hier bei mir. Oh mein Gott, da oben vom Berg. Die Ekligen. Ey, der hat aber einen Chak-Chak. Brauch den Chucky. Ich guck mal meine HP an. Oh, du brauchst einen nervig. Er hat den da oben Hedgeup-Sniper 263 ins Gesicht gegeben. Er hat Hedgeup-Sniper von mir kassiert. Stark, stark, stark. Wobei, warte, komm, ich geb dir lieber den Chak-Chak. Nimm du lieber, nimm du lieber. Besser. Nimm hier Minis. Aber jetzt wird er eh wieder geholt. Zone kommt auch. Aber das hat uns Zeit verschafft. Ja, ja. Komm, lass sie hinten lang. Hast du die goldenen Pumpen nicht gesehen? Doch, ich hab die aber schon. Komm hier, Jason. Ich hab die auch schon. Ich komme. Oh mein Gott, das ist wirklich hier eine Runde auf Krampf, Leute. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall Smooth spielen. Ja, sehr, sehr smooth. Wir müssen jetzt ganz ruhig machen, Jason. Lieber erst mal noch ein bisschen Mad-Zeug uns holen. Guck mal, ob die hinter uns herkommen. Ja, hier ist eine Kiste. Okay, ist stark. Es sind sehr viele Kisten. Nice, 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 nice. Noch ein bisschen White oder so. Nimmst du das mit? Die fliegen mit Flugzeug. Das kann ich mitnehmen. Diese Flugzeuge, Leute. Flugzeuge auch eklig. Wenn sie auf euch schießen, sind sie halt so okay. Komm, steig ein. Wir werden uns jetzt erst mal gut positionieren. Wir haben nur noch sieben Gegner. Wir können das machen. Am besten jetzt richtig smooth bis zum Ende aushalten. Jetzt müssen wir locker machen. Wir sind gerade echt nicht gut aufgestellt. Ui. Oha. Erst mal Kickflip. Egal. Komm, lass uns zu Fuß weiter. Wo hast du die verstecken? Da sind die. Wo hast du die gesehen? Da. Auf der Insel oben. Bei Loot Island sind die. Lass lieber erst in die Zone. Lass lieber gut positionieren. Ja, hast du Sniper Moon? Äh, nee. Weil jetzt sind wir auf der freien Fläche. Da kann ich welche gut wegsniper. Das stimmt. Wie steht es eigentlich hier bei unserem Kill-Duell? Ich habe sieben, du vier. Okay. Ich bin noch vorne zum Glück. Oh, das ist nichts. Und das ist aber auch nicht so gut. Oh mein Gott, wichtig hier, Mad Kid. Mad Kid, Mad Kid, Mad Kid. Ja, da ist eins. Nee, ich habe hier auch noch eins gefunden. Oh, goldene Minigun. Uff. Oha. Nimmst du die? Natürlich. Ja, war ja klar. Oh, da hinten schießen welche. Das war sehr, sehr gut. Richtig und wichtig hier für uns. Ja, da kann ich die Gegner sehr gut wegsperren. Sechs Stück noch, sechs Stück noch. Da hinten schießen welche. Ja, komm, lass doch mal gucken. Lass doch mal gucken. Ja. Du kannst ja Rocket und ich Sniper dann. Gutes Positioning. Da sehe ich sie. Ja, Rocket habe ich nicht mehr. Rocket habe ich weggemacht. Wo ist denn es weg? Ja, jetzt sieht es für die nicht so gut aus. Sag, wenn du pushst. Sag, wenn du pushst. Ja, da ist eine. 105, 105. Oh mein Gott. Okay, komm, lass pushen. Ja. Aber die sind zu zweit. Mach nicht so schnell. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das war so dumm. Ich habe ihn 105er getroppt. Nein. Und er finde ich mich direkt. Nicht mit der Sniper, Jason. Mach auf mit der Sniper. Nein, was mache ich denn, Leute? Das war so dumm von mir gewesen. Ich kann ihn mit Mindy dann wegsperren. Nein. Da war ich zu greedy, Leute. Ich war zu greedy. Du warst richtig gierig, ey. Ich hätte Tag. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte die Tag gehabt. Wäre besser. Die Heavy hat gerade nichts gebracht. War zu langsam. Ich mag die Heavy auch irgendwie gefühlt nicht, ne? Genau so in welcher Situation. Wer ist denn unten weiter drin, auf jeden Fall? Hast du nicht gesehen? Die wissen auf jeden Fall, dass du oben bist. Oh mein Gott, das Ding ist an sich, kann Jason das Ding jetzt halt noch gewinnen, ne? Hier, die kommen. Bro, bro, nimm, 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 nimm. Nein. Oh nein. Aber schade Trick. Oh mein Gott, schade. Schade, schade, schade. Aber, ich sag mal so, trotzdem eine nice Runde gewesen. Kill-Duell, ähm, hab ja in dem Sinne jetzt ich gewonnen, Jason. Eher. Ja. Aber, weißt du was? Ich würde sagen, wir können das ja nächstes Mal nochmal versuchen. Ja, dann gebe ich dir nächstes Mal nochmal ne Chance. Leute, lasst auf jeden Fall mal gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall Jason aus, checkt René aus. Und dann würde ich sagen, Leute, Jason, du hast das letzte Wort. Ich darfst nur was sagen. Ciao. Ciao. Perfekt, Leute, ciao. Ciao. Ciao.